Musik Die Dimension des Himmels in deinem Leben. Das knüpft daran an, was Sigrid gesagt hat. Es knüpft daran an, an dieser Tiefe der Beziehung zum Vater, der Beziehung zum Sohn, der Beziehung zum wunderbaren Heiligen Geist. Es ist etwas, was so von meinem Herzen kommt und was ich dir einfach weitergeben möchte. Die Beschäftigung mit dem Thema Himmel, das war für mich vor vielen Jahren ein ganz dramatischer Bereich, eine Phase meines Lebens, wo das wirklich etwas war, wo ich intensiv danach gefragt hatte, wo ich gebetet habe, Herr, ich will ein Angesicht sehen. Ich will vom Vater, ich will Erkenntnis haben, ich will einfach da reinkommen, ich weiß, dass es mehr geben muss. Und dann gab es eine Zeit, das ging über Jahre, da hat der Herr mir Bilder gezeigt, Visionen gezeigt, Impulse gegeben und ich konnte das erst gar nicht so richtig zusammenbringen. Das war nicht in einer Abfolge, das waren einfach wie so unterschiedliche Puzzlesteine und es hat gedauert und gedauert, bis das Ganze sich immer mehr zu einem Bild ergeben hat. Und das war so grandios und so cool, dass ich sogar damals ein Buch davon gemacht habe. Das war mein zweites Buch, Entdeckungsreise im Himmel. Und das hat etwas, das ist somit die Basis von unserem Dienst, von Gottes Haus, diese übernatürliche Erkenntnis einfach der Bedeutung, der Dimension, die uns umgibt, der Dimension des Himmels, des Übernatürlichen, dessen, was einfach da ist und was für uns zur Verfügung steht und wo wir einfach nur Erkenntnis brauchen, um da reingehen zu können. Deshalb auch unsere Offenheit für Prophetie, unsere Offenheit für Dinge, die eben über das ganz normale, natürliche, irdische Leben hinausgehen. Und da möchte ich dich heute ein klein wenig mit reinnehmen in dieses Thema. Und vorab eine Bibelstelle aus 1. Korinther, 1. Korinther 2, Vers 12. Wir aber haben den Geist, der aus Gott ist. Amen dazu. Den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns Gott geschenkt hat. Wir haben den Heiligen Geist, damit wir wissen und erkennen, was uns überhaupt alles von Gott geschenkt worden ist. Das ist eines der Hauptthemen bei Paulus, wenn er da für die Gemeinde immer wieder betet, dass sie eine Erkenntnis bekommt, ein Verständnis davon bekommt, was das alles ist. Ja, was es bedeutet, Kind Gottes zu sein, was es bedeutet, gerettet zu sein. Das ist dieses Thema Identität, Position, die Autorität und so weiter. Und dann geht es weiter, davon reden wir auch, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Das ist sehr wichtig. Als Kinder Gottes, als Christen müssen wir ein Verständnis davon haben, was es heißt, im Geist zu leben. Weißt du, ich möchte es mal recht deutlich sagen. Wenn du ein wiedergeborenes Kind Gottes bist, bist du, ganz real, du bist Geist. Du hast eine Seele und du lebst in einem Körper. Das ist das, was die Bibel sagt. Du bist Geist, hast eine Seele und lebst in einem Körper. So, wenn du aber jetzt ein Geistwesen bist, im biblischen Sinne, Geist, ja, dann ist es gut, wenn du auf der geistlichen Ebene kommunizieren kannst, wenn du den Vater kommunizieren kannst, wenn du seine Stimme hörst, vielleicht sogar, wenn du Dinge siehst. Der Herr will dir die Augen öffnen, er möchte dich da hineinnehmen, in diese Realität des Himmels. Und darüber möchte ich, wie gesagt, heute etwas mit dir darüber nachdenken. Zuerst einmal, jedes Wunder, jede Heilung, jedes Zeichen, alles, was in der Richtung kommt, im positiven, geistlichen Sinne eben vom Herrn, ja, kommt aus dem geistlichen Bereich des Himmels in den natürlichen Bereich dieser Erde hinein. Es bricht durch. Alle Wunder, alle Zeichen, alles, was übernatürlich ist, im positiven Sinne, im geistlichen Sinne, eben im Sinne von Gott, sind Erweise der Herrschaft Gottes im Natürlichen. Es sind sozusagen Manifestationen des Übernatürlichen im Natürlichen. Nicht wahr? Es sind Manifestationen, die die Realität Gottes und seine Herrschaft zeigen, die das Reich Gottes zeigen. Beispielsweise, als Jesus Petrus einlud und hat gesagt, hey, komm aus dem Boot raus und lauf auf dem Wasser, da lud er ihn im Grunde genommen ein, aus der Realität des Natürlichen auszusteigen und sich in der übernatürlichen Realität zu bewegen. So erkläre ich mir das. Und so ist die Bibel prallvoll mit solchen Hinweisen und mit diesem Hineinwirken des Übernatürlichen, des Himmels in unser Dasein und in unsere Realität, unsere Wirklichkeit. So, wie oft erscheinen irgendwo in der Bibel aus dem Nichts heraus auf einmal Engel, ja? Sie treten aus dem Übernatürlichen, zack, einfach in diese natürliche Dimension hinein. Feuer, was vom Himmel fällt, aus der geistlichen Dimension auf diese Erde fällt. Da findest du etliche Bibelstellen, ja? Alles, was da an Visionen, Offenbarung ist. Ich glaube, dass eins der Hauptthemen der Bibel ist dieses Hereinbrechen des Übernatürlichen, dieses Hereinbrechen des Himmels in diese irdische Dimension. Dazu einfach nur ein paar Beispiele mal, damit du merkst, das ist schon in der Bibel wirklich gut belegt. Denk mal an die Speisung der 4.000 beziehungsweise der 5.000. Das ist das Wunder, was am allermeisten in der Bibel belegt ist, ja? Kein Wunder kommt mehr vor als dieses. Da ist eine ganz bescheidene Gabe, die Jesus in dem Fall von dem Jungen bekommt. Er empfängt das im Natürlichen von dem Jungen. Eine natürliche Gabe, die er empfängt. Das Ganze während des Austeilens der Jünger vermehrt sich sozusagen in der geistlichen Dimension und wird dann beim Austeilen einfach, ist es da, im Natürlichen. Und das ist eigentlich ein Musterbeispiel, deshalb ist das auch so oft in der Bibel erwähnt, wie das Ganze funktioniert. Der Herr nimmt das, was wir ihm im Natürlichen geben, macht etwas im Übernatürlichen daraus und dann manifestiert es sich auch hier in unserer Welt im Natürlichen. Das ist das, was ich mit dem Hereinbrechen des Himmels, des Himmelreiches in diese Welt meine. Schau, im Matthäus-Evangelium wird immer vom Reich der Himmel gesprochen. Das ist gleichbedeutend mit dem Reich Gottes. Wenn man sagt, Reich Gottes oder Reich der Himmel, ist völlig identisch, ist das Gleiche. Denn wo Gott ist, ist der Himmel. Wo der Vater ist, ist der Himmel. Wo der Sohn ist, ist der Himmel. Wo der Heilige Geist ist, ist der Himmel. Nun, wo ist denn Gott? Er ist direkt unmittelbar hier. Er ist um uns herum. Wenn ich jetzt beispielsweise bete, nur mal als Beispiel. Ich sage, oh Herr, ich danke dir für deine Segnung, die du schenkst, für all die Menschen, die du noch zu dir rufen wirst, für die gewaltigen Zusagen, die wir haben. Nur als Beispiel. Was habe ich gerade gemacht? Ich habe einfach etwas in die Atmosphäre hineingesprochen, hier in unserem kleinen Studio, irgendwo in der Mitte von Deutschland, habe ich das einfach so gesprochen. Was erwarte ich? Ich denke, dass Gott im Himmel das gehört hat. Ich weiß es. Wie komme ich eigentlich da drauf? Ich brauche nicht an einen bestimmten Ort zu gehen, damit er mich hört. Ich brauche nicht irgendwelche bestimmten Rituale zu machen, damit er mich hört, sondern ich stelle mich einfach hin und sage was und weiß, er hat mich gehört. Warum ist das so? Weil der Himmel direkt da ist, um uns herum. Er ist nicht weg. Er ist nicht irgendwo da oben. Fall beyond the blue. Nein, er ist hier. Direkt. Das kannst du dir ähnlich vorstellen wie eine Dimension, die da ist, die wir nur nicht erfassen können, zu der wir keinen erkenntnismäßigen Zugang haben, aber die dennoch real ist. Ich werde darauf noch eingehen. So, anderes Beispiel von einfach einem hereinbrechendes, übernatürlichen in dieses irdische Leben ist die Verklärung Jesu. Auf dem Berg, als diese sichtbare Wolke der Herrlichkeit Gottes über ihn kam und ihn vor den Augen von den drei Jüngern da überschattet hat. Das hereintreten Jesu in diesen verschlossenen Raum nach der Auferstehung, wo er auf einmal mitten unter den Jüngern war. Der kam direkt aus dem unsichtbaren, geistlichen Bereich ist er einfach in diese sichtbare Welt hineingetreten. Die Himmelfahrt natürlich. Die Himmelfahrt war im Natürlichen zu sehen, wie er gegen den Himmel gefahren ist. Aber weißt du was? Er ist nicht in Lichtgeschwindigkeit irgendwie unterwegs, um irgendwo in den Himmel zu fahren. Sondern das war nur für die Jünger, dass sie es gesehen haben und irgendwann ist er in die übernatürliche Dimension einfach hineingetreten. Sonst wäre er heute etwa 2000 Lichtjahre entfernt. Haha. Ja. Das wäre komplett albern. Wir wissen, dass er in die himmlische Dimension hineingegangen ist. Als der Heilige Geist kam auf Jesus, als er dort getauft wurde am Jordan, war es sichtbar. Der Geist kam im Sichtbaren, der Heilige Geist, der Geistgott ist im Sichtbaren auf ihn. In dem Fall wie eine Taube. Ja. Das heißt, der Himmel war geöffnet. Stephanus konnte sogar in den geöffneten Himmel hineinschauen, weil sich das geöffnet hat für ihn. Der hat die Herrlichkeit Gottes gesehen und er hat gesehen, wie Jesus zu Rechten des Vaters steht. Philippus ist in dieser Welt ganz real von einem Ort an den anderen versetzt worden. Übrigens, das Wort, was da bei Philippus gebraucht wird, Entrückung, was da verwendet wird, ist das identisch gleiche Wort, was Paulus für Entrückung verwendet. Ja, das war eine Versetzung von einem Ort auf der Erde an einen anderen in dem Zusammenhang. Paulus wurde in den dritten Himmel entrückt. Er war im Geist an anderen Orten anwesend. Seine Schweißtücher heilten Kranke, vertrieben Dämonen. Er hatte Erscheinungen von Jesus, hatte Erscheinungen von Engeln. Petrus war so in diesem Übernatürlichen drin, dass selbst sein Schatten, wenn er nur auf irgendwelche Kranke fiel, die schon geheilt hat. Hananias, dem der Herr erschien, dem hat er einen sehr konkreten Auftrag gegeben, das war damals, als Paulus, also Saulus sich bekehrt hat. Der Heilige Geist im Obergemach, der als Feuer fiel. Und auch im Altenbund finden wir das schon. Wenn wir gucken und wenn wir da einfach mal stöbern, merken wir, es ist gestopft voll die Bibel. Denkt mal an den brennenden Dornbüsch. Gott war in dem Feuer, er sprach aus dem Feuer zu Mose. Und wenige Monate später war Mose dann auf diesem Berg, wo die Gegenwart Gottes kam, der Berg Horeb, wo der ganze Berg auf einmal im Feuer stand und wo der Herr aus dem Feuer gesprochen hat. Immer wieder berichtet uns die Bibel, dass Gott zu ihm gesprochen hat, dass er ihm erschienen ist. Es heißt mehrfach, dass das ganze Volk die Herrlichkeit des Herrn gesehen hat. Die Herrlichkeit des Herrn hat die Stiftwitte erfüllt. Die Herrlichkeit des Herrn hat den Tempel Salomons bei der Einweihung erfüllt. Joshua hat auf einmal den obersten des Herrn der Herrscharen den obersten der über die Heere des Herrn gesetzt ist gesehen und so weiter. Und da braucht man gar nicht von Träumen zu sprechen, sondern einfach nur von Erscheinungen, wo wirklich Erscheinungen waren. Hier nur mal ein paar Beispiele. Abraham, Isaac, Jakob, Manoach, das war der Vater von Simson, Gideon, Salomo, Elia, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, Amos, Zacharia, Michael, alle hatten eine Offenbarung von Gott. Gott hat sich ihnen gezeigt, Gott hat sich irgendwie ihnen zu erkennen gegeben. Sie hatten eine Offenbarung von ihm. David persönlich hatte eine ganz tiefe, tiefe Erkenntnis von Gott und von seiner Herrlichkeit. Das finden wir in etlichen Psalmen. Da heißt es beispielsweise, nur ein Beispiel, ich habe Yahweh stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Hey, das ist das, was Sigrid gesagt hat. Der Herr ist da, du wirst nicht wanken, er ist bei dir. Er hat dich stets vor Augen, die Frage ist, hast du ihn auch stets vor Augen? Das ist das, was der Herr dir schenken will. Geöffnete Augen des Herzens, dass du ihn siehst, im Geist, dass du ich im Geist mit ihm connectest. Psalm 16, Vers 8 war das. Oder Psalm 63, ab Vers 2. Gott, mein Gott, bist du, nach dir suche ich. So schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Weißt du, wenn David hier spricht vom Sehen, dann meinte er Sehen. Er will die Herrlichkeit des Herrn sehen, er will seine Macht sehen, er will seine Schönheit sehen, er will eine Offenbarung vom Vater haben. Und das ist das, was Jesus gesagt hat. Wenn du mich ansiehst, siehst du den Vater. Okay, das war erstmal nur so ein bisschen Grundlage, damit wir wissen, das Hereinbrechen des Übernatürlichen, das Hereinbrechen des Himmlischen in unsere Dimension, in unserer Welt, ist im biblischen Sinne ganz normal. Kommt immer und immer und immer wieder vor, im Alten wie im Neuen Testament. Okay, und jetzt eine ganz, ganz wichtige Bibelstelle. Kolosser 3, Vers 1 und 2. Das kannst du dir mal anstreichen in deiner Bibel. Kolosser 3, Vers 1 und 2. Da fordert uns das Wort Gottes nämlich unmissverständlich auf etwas zu tun. Und weißt du was? Ich kenne keine Person, die sich dran hält. Anschließend mir. Da heißt es, sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Okay, und im nächsten Vers, sind auf das, was droben ist. Und jetzt kommt es, nicht auf das, was auf der Erde ist. Das ist eine Anordnung aus dem Wort Gottes. Gott erwartet, dass wir uns dran halten. Sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Sucht dieses Himmlische, sucht dieses Übernatürliche, streckt euch danach raus. Das soll euer Fokus sein. Und dann eben, sind auf das, was droben ist. Denkt darüber nach, beschäftigt euch damit. Das muss das sein, worüber ihr Tag und Nacht euch mit beschäftigt. Und dann kommt es, nicht auf das, was auf der Erde ist. Hey, wir sind alle so irdisch gesinnt. Das sind alles so wichtig für uns. Das sind alles so unglaublich wichtige Dinge, mit denen wir uns beschäftigen und den ganzen Kleinkram und die großen Sachen und die Bibel sagt, hey, fokussier dich richtig. Schau auf den Himmel, schau auf die Ewigkeit. Fokussier dich auf das, was da ist. Fokussier dich auf den Vater. Fokussier dich auf Dinge, die relevant sind. Hier, du lebst doch hier nur ein paar Jahrzehnte. Wir nehmen dieses irdische Leben viel zu wichtig in dem Sinne, dass wir planen und machen und tun und darüber nachdenken, wie wir das alles, hey, es ist nur ein Übergang hinein in das Eigentliche, was der Herr für uns hat. Ja, und das ist das, was hier Paulus sagt in dieser für mich sehr dramatischen Bibelstelle in Kolossa. Er sagt, wir sollen über die Dinge dieser Erde, das Irdische, das Weltliche, eigentlich noch nicht einmal nachdenken und uns noch nicht einmal intensiv damit beschäftigen. Ich sage ja, ich kenne keinen, der das wirklich hinbekommt, sich damit das umzusetzen, aber es ist etwas, was ich mir wünsche und wofür ich auch bete. Ich sage, Herr, ich möchte immer mehr einfach diese himmlische Realität haben. Daher kommt die Versorgung, daher kommt der Segen, daher kommt die Freude, daher kommt all das, was wir als Kinder Gottes brauchen und wollen und was für uns wichtig ist. Ja, daher kommen die Segnungen, die er für uns hat, die sich dann hier im Natürlichen eben zum Ausdruck bringen. Sie kommen nicht von der irdischen Sache, sondern sie kommen aus dem Übernatürlichen. Wie die Speisung der 5000. Da war eine Kleinigkeit, ja, die wurde vermehrt und dann war auf einmal ein gewaltiger Segen, eine gewaltige Versorgung da, aber die kamen aus dem Übernatürlichen. Gott nimmt das Bisschen, was wir ihm geben und macht was Gewaltiges drauf. So, wenn wir nach dem Sinnen sollen, was droben ist, heißt das, dass wir uns nach dem Zentrum aller Dinge, ausstrichen, dem Thron Gottes, das ist das Zentrum, dem himmlischen Thronsaal, ja, wir fokussieren uns darauf, da ist der Vater, da setzt Christus zu seiner Rechten, ja, da ist die Herrlichkeit und das ist es, was wir brauchen und was wir wollen und worüber wir nachdenken sollen. Alles andere ist absolut zweitrangig. Und ich habe einen extrem coolen Text dazu gefunden, den möchte ich dir vorlesen und der ist von Jonathan Kahn. Jonathan Kahn, ich weiß nicht, viele kennen den, er hat auch, wenn man Englisch kann, eine coole, also mehrere coole Fernsehsendungen, ist ein, ja, messfianischer Rabbiner, ist super bekannt geworden, hat etliche Bestseller geschrieben und ich lese dir was vor aus seinem Buch Der Lehrer und sein Schüler, ja, und da heißt es, also es geht darum, was die Braut tut. Was tut eine Braut? Was ist das Thema einer Braut? Vor allen Dingen im jüdischen Kontext. Was tut die Braut? Sie bereitet sich auf den Tag ihrer Hochzeit vor. Sie konzentriert sich nicht mehr so sehr auf ihr Zuhause, wie sie es einst tat, nicht darauf, wie gemütlich oder ungemütlich es ist. Denn je mehr sie sich auf ihre gegenwärtigen Umstände konzentriert, darauf, was sie verlassen wird, desto weniger wäre sie in der Lage, sich darauf zu konzentrieren, wohin sie geht. Sie weiß, dass ihre Zeit in ihrem jetzigen Zuhause, also dieser Erde, die Braut, weiß, das jetzige Zuhause, wo sie jetzt ist, ist das, was sie verlassen wird, um in das Eigentliche zu kommen. Ihr jetziges Zuhause ist vorübergehend und begrenzt. Sie soll sich nicht weiter daran binden, sondern sich davon lösen. Sie darf sich Schritt für Schritt darauf vorbereiten. Es ist die Zeit, die sie hat, um loszulassen, um zu beginnen, sich zu verabschieden. Alles, was sie bisher als ihr Heim kannte, ist es nicht mehr. Es ist nun ihre Brautkammer, wo sie zubereitet wird. Sie muss jetzt alles nutzen, was sie benötigt, um sich auf die Hochzeit und das Leben vorzubereiten, was vor ihr liegt. Nicht indem sie ihr Zelt verschönert, sondern indem sie sich selbst herausputzt. Sie bereitet sich selbst vor. So, und dann schreibt er hier weiter, wenn du zu Gott gehörst, dann bist du seine Braut. Die Welt ist dein Zelt, dein jetziges Zuhause. Und wie bei der Braut kann dein Fokus nicht länger darauf oder auf deinen Umständen liegen, beziehungsweise wie gemütlich oder ungemütlich es für dich in dieser Welt ist. Es ist ein Ort, den du nun verlässt. Doch je mehr du dich auf das konzentrierst, was du zurücklässt, desto weniger wirst du dich darauf konzentrieren können, wohin du nun gehst. Deine Tage in der Welt sind begrenzt. Du bist nicht in der Welt, um dich immer mehr an sie zu binden, sondern um dich von ihr zu lösen. Es ist deine Zeit, loszulassen, dich Schritt für Schritt darauf vorzubereiten, dich zu verabschieden. Gebrauche also alles in diesem Leben, um dich selbst auf das Leben vorzubereiten, das noch vor dir liegt. Nutze die Zeit, die du in dieser Welt hast, um dich auf die Tage der Ewigkeit vorzubereiten. Du bist hier, um schön zu werden. Betrachte von jetzt an diese Welt nicht länger als dein Zuhause, wenn du sie ansiehst, sondern sieh sie an als das, was sie geworden ist. Deine Brautkammer. Also der Ort, wo die Braut zubereitet wird. Ich fand, das hat mich wirklich gesegnet, das hat mich angesprochen, weil es hilft, den richtigen Blick zu haben. Weißt du, es ist die Erde wunderbar, schön, die Segnung der Schöpfung, alles so genial, es ist grandios. Aber es ist nicht unser Zuhause. Er hat etwas Besseres für uns, er hat etwas anderes für uns, er hat etwas Geniales vorbereitet. Es ist eine Durchgangsstation. Und bei allem, was es darum geht, dass es wichtig ist, mit dieser Schöpfung gut umzugehen, es ist etwas, was wir hinter uns lassen werden. Wir werden in etwas komplett Neues gehen. Das sagt die Bibel. Was kein Ohr gehört hat, was kein Auge gesehen hat, was in keines Menschen Sinn gekommen ist, das hat Gott vorbereitet für die Menschen, die ihn lieben. Himmel. Himmel. Der Himmel ist der Ort der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Wo er ist, ist Himmel. Nun, Himmel in der Bibel ist das hebräische Wort Schamayim. Und dieses Wort Schamayim ebenso wie das griechische Wort Uranos stehen jeweils für den sichtbaren Himmel und den unsichtbaren Himmel, also genauso wie bei uns. Also wie der Himmel, also der Himmel ist blau, Firmament in dem Sinne, oder eben der Himmel, der Ort der Gegenwart Gottes. Ganz ähnlich ist es in den biblischen Texten. Das Judentum kannte nun schon zur Zeit des Alten Testaments eine Mehrzahl von Himmelsräumen. Denn das Wort Schamayim ist plural. Mehrzahl. Immer die Himmel. Im späteren Judentum wurde das dann auch sieben Himmel aus irgendwelchen Gründen festgelegt. Aber das finden wir nicht in der Bibel. Die Bibel spricht lediglich ein einziges Mal bei 2. Korinther 12, Vers 2 vom dritten Himmel. Wo Paulus gesagt hat, er kennt einen Menschen, der in den dritten Himmel entrückt worden ist und man allgemein davon ausgeht, dass er selber war. So, mit Himmel, wenn ich von Himmel spreche, meine ich also das geistliche Reich Gottes. Den Bereich, in dem der Herr uneingeschränkt herrscht, nur er allein. In dem alles auf ihn fokussiert ist, auf ihn ausgerichtet ist. Gott allein ist das Maß aller Dinge. Alles dient ihm. Wo Yahweh ist, ist der Himmel. Wo Yeshua Hamashiach ist, ist der Himmel. und wo der Heilige Geist Ruach Haqodesh ist, da ist der Himmel. Ja? Und der Himmel ist ganz nah. Wie gesagt, ich spreche jetzt einfach zum Vater in einem Gebet oder zu Jesus in einem Gebet oder auch zum Heiligen Geist und ich weiß, er hört mich. Er ist ja nicht irgendwie Lichtjahre entfernt, er ist nicht irgendwie weg. Er ist unmittelbar da. Wie kann man sich das vorstellen? Er ist nicht im räumlichen Sinne weg, er ist nicht im zeitlichen Sinne weg, sondern eigentlich fast nur im erkenntnismäßigen Sinne. Der Himmel ist die geistliche Realität, die unsere natürliche Realität richtig durchdringt. Der Himmel ist nicht psychisch. Äh, falsch. Nicht physisch. Der Himmel ist nicht physisch. Ja? Es ist wie, du kannst es dir vorstellen, wie eine Dimension, die da ist, aber die wir nicht erkennen können. Schau mal, der Mensch kann nur in drei Dimensionen denken. Ja? Anders ist es nicht möglich. Er kann keine vierte Dimension denken. Da hat der Herr eine Begrenzung in unser Denken hineingegeben. Aber man kann ohne Schwierigkeiten in einen weiteren Dimensionen rechnen und Experimente machen, alles Mögliche sagen wir mal wissenschaftlich damit machen, nur vorstellen kann man sich's nicht. Es übersteigt unser Denken. Ich hab da in dem Buch ein bisschen ausführlicher drüber geschrieben, wie das zu verstehen ist. Wir haben kein Erkenntnis, was in dieser vierten, fünften, sechsten, wievielten Dimensionen auch immer ist, aber dennoch ist sie da. Sie ist real da. Nur wir verstehen sie nicht. So ähnlich stelle ich mir das mit dem Himmel vor. Er ist gegenwärtig um uns herum. Er ist ganz real da. Er umgibt uns hier und jetzt. Absolut. Und unmittelbar kann ich damit kommunizieren, kann ich damit, wenn ich die Salbung habe und der Herr mir das geschenkt hat, kann ich damit interagieren. Es ist unmittelbar möglich, da hineinzukommen. Und große Männer und Frauen Gottes, die da in diesem Bereich von Gott gebraucht worden sind, die haben das einfach nur gelernt. Die haben verstanden, wie es ist, mit dem Himmel zu agieren, mit den Segnungen Gottes zu agieren, zu verstehen, wie es ist, wenn Engel uns dienen und so weiter und so weiter. Ja? Wenn ein Mensch von Neuem geboren ist, ist alles neu geworden, sagt die Bibel. Er ist eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Eine geistliche Schöpfung. Eine himmlische Schöpfung. Zweiter Gründer 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. So, das heißt also, wenn das Alte irdische vergangen ist und etwas Neues gekommen ist, Neues geboren ist, dann ist er in den Herrschaftsbereich Gottes, wo der Herr eben alles ist, hineingeboren. Er ist hineingeboren. Er hat jetzt das Bürgerrecht des Himmels. So sagt es uns das Neue Testament. Warum? Weil er per Geburt Bürger des Himmels geworden ist. Wenn du wiedergeborener Christ bist, bist du Bürger des Himmels. Du hast das Bürgerrecht des Himmels. Wir lesen das in Philippa 3, Vers 20. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Und woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. So, jeder wiedergeborene echte Christ befindet sich also seit seiner Neugeburt geistlich in dieser Realität des Himmels. Er ist da hineingeboren. Aber es ist ganz ähnlich, wie es im irdischen Leben ist, erst mal als Baby. Das muss er erst mal alles lernen. Das muss er erst mal verstehen. Das ist ja nicht gleich super über alles informiert, sondern es muss erst mal die Dinge erfassen. Ein Baby lernt, die natürliche Welt, die es umgibt, zu erfassen, zu entdecken, zu verstehen. Und im Geistlichen ist das ganz genauso. Das ist das, wenn die Bibel sagt, wir müssen in die Reife hineinkommen. Wir müssen in die Fülle hineinkommen. Wir müssen wachsen im Glauben. So, der Heilige Geist ist in jedem Menschen, der von neuem geboren ist. Sonst kann er nämlich gar nicht von neuem geboren worden sein. Kann gar keine neue Kreatur geworden sein. Der Heilige Geist ist in dem Menschen drin. Deshalb sagt die Bibel, er ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Ein Gebäude, wo der Heilige Geist drin ist. Deshalb sagt die Bibel, es ist die Hoffnung der Herrlichkeit Christus in uns. Jetzt überleg das mal. Wenn der Heilige Geist in dir ist und da, wo Gott ist, der Himmel ist, dann heißt das, dass der Himmel in einem gewissen Sinne in dir ist. Beziehungsweise, ich sag mal so, dich durchdringt. Du lebst damit. Im Geist befindest du dich in dieser Ebene. Du befindest dich in der Umgebung des Himmels. Und das ist auch völlig logisch. Und deshalb sind diese Dinge, wenn aus dem Himmlischen etwas heraustritt ins Natürliche, wie beispielsweise ein Engel, es ist einfach nur dieser Switch sozusagen in diese andere Dimension. Das ist für ihn kein Ding. Es tritt einfach da hinein. So hat das auch der Herr gemacht. Und das ist etwas, wo ich glaube, dass der Herr viel, viel mehr für uns hat, als wir bis jetzt uns vorstellen können. Viele Christen können sich das nicht wirklich ausmalen. Die sagen, nee, also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wir sind hier in dieser Erde und ich bin doch ein armer Sünderwurm und ich kann doch nicht behaupten, ich bin eingesetzt im Himmel wie, was ist denn das für eine komische Sache. Paulus schreibt das, weil es ihm darum geht, dass wir ein Verständnis dafür bekommen, wer wir sind in Christus. Eine neue Kreatur. Guck mal, Jesus ist das Haupt des Leibes. Das Haupt des Leibes, ja, so, das Haupt ist nicht vom Leib getrennt. Das ist nicht geköpft, sondern ist eins mit dem Leib. So, wenn Christus das Haupt ist und wir eins mit ihm sind, ja, und Christus ist im Geist, im Himmel eingesetzt, wo sind wir? Wir sind mit ihm eingesetzt. Das versucht Paulus rüberzubringen und klarzumachen. Ich weiß, das ist eine schwierige Thematik, aber wir müssen verstehen, wer wir sind. Wir sind geistliche Wesen mit Christus, die gesetzt sind, hier auf dieser Erde ihn zu repräsentieren und zu herrschen und einfach die Dinge umzusetzen, die er umgesetzt haben möchte. Eins mit ihm. Und wo ist der Feind? Unter den Füßen des Leibes. Ja, unter den Füßen ist der Feind. Das Haupt ist Christus, wir sind der Leib und unter den Füßen ist der Feind. So, und das ist etwas, was wir verstehen müssen und was leider, leider viele, viele Christen überhaupt nicht kapieren, weil die den Feind irgendwie als ebenbürtig mit Gott fast ansehen und die sind da im Ringen und Machen und Tun und wie fürchterlich. Hey, der Feind ist erbärmlich und er ist unter den Füßen und die Menschen, die mit ihm paktieren und böse Dinge tun, bewusst oder unbewusst, die müssen wir im Gebet einfach freisetzen von diesem Einfluss des Feindes, damit sie gerettet werden können. Und ich will dir was sagen, es sind viele, viele der Mächtigen dieser Welt, die genau in diesem Ding drin sind. Aber wir sind diejenigen, die das korrektiv sind. Und deshalb ist es so tragisch, wenn Christen sich, wie soll ich mal sagen, einen Mund zu machen, alles abnicken, was passiert, nicht in Position kommen, alles gutheißen, das Böse gutheißen, ja, einfach nur, weil sie sagen, ja, das akzeptieren wir und wir sind immer, wir sind brave Christen, wir fressen alles, ja, wir nehmen unsere Position nicht ein. Hey, als Christen haben wir die Autorität, dafür zu sorgen, dass die Maßstäbe Gottes in dieser Welt wirklich verkündet werden und umgesetzt werden. Wir haben eine Aufgabe zu tun. Jesus hat gesagt, wir haben den Job, alle Nationen zu Jüngern zu machen. Das ist unsere Aufgabe. Und da müssen wir, und ich meine, müssen, 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 müssen wir reingehen, müssen wir weitergehen. Das ist unsere Aufgabe. Das hat der Herr für uns. Ja, es ist wichtig, dass wir uns da nicht von abhalten lassen, von den Segnungen, die er für uns hat. So, viele, viele, viele Christen haben davon keine Ahnung, weil es eine gigantische Propagandaschlacht des Feindes gibt, der versucht, das zu verschleiern, der versucht, das einfach wegzunehmen und unmöglich zu machen. Und das merkst du beispielsweise darin, dass es so ein abartig lächerliches Bild vom Himmel gibt. So ein richtiges, albernes, pervertiertes Bild, wo wir oder wo wir, ja, wo Menschen keine Ahnung haben, wie genial diese himmlische Dimension ist. Stattdessen denken sie, sie haben ein Nachthemd an, ja, sitzen auf einer Wolke, spielen Harfe, tausend Jahre, tausend Jahre, nochmal tausend Jahre, nochmal zehntausend Jahre, es ist unvorstellbar langweilig. Womöglich haben sie noch kleine Flügelchen an. So ein perverses, blödes Bild. Ja, lächerlich. Lächerlich. Und sie verstehen die gewaltige Dynamik, die gewaltige Kraft nicht, den Ort, wo Gott ist. Und wenn du darüber sprichst, über den Thema Himmel, dann bist du lächerlich, wirst als religiöser Spinner angesehen, ja, irgendwie. Aber du musst wissen, Moment mal, das ist meine Heimat und nicht nur meine Heimat, sondern da bin ich jetzt schon als neugeborene Kreatur, als Kind Gottes, bin ich dort real im Geist. Ja? Und ich will dir was sagen, wenn du dich weiter damit beschäftigst, wie gesagt, ich habe das gemacht, ich habe diese Vision gehabt vom Himmel, das ist unvorstellbar, das ist nicht zu beschreiben, es ist fast nicht in Worte zu fassen, ja? Und ich sage nur eins, unser irdisches Dasein ist sowas von farblos, sowas von unsagbar beschränkt, sowas von klein, sowas von eng, ja? Sowas von, sorry, erbärmlich in dieser gefallenen Schöpfung gegenüber dem, was der Herr für uns vorbereitet hat und gegenüber dem, wo wir jetzt schon drin eingesetzt sind. Und das ist es, was uns so am Herzen liegt, wenn wir immer wieder sagen, wir müssen Verständnis dafür haben, wir müssen eine Erkenntnis darüber haben, wer wir sind. Und insbesondere im Epheserbrief siehst du, wie Paulus darum ringt, diesen Ephessern, diesen Christen, diesen Heidenchristen irgendwie rüber zu bringen, hey Leute, ihr müsst verstehen, was es bedeutet, was Christus für euch getan hat. Es ist nicht nur, dass ihr errettet seid und irgendwann mal, wenn ihr gestorben seid, in der Ewigkeit beim Herrn sein werdet, das ist natürlich die Hauptsache, es ist extrem wichtig, aber es gibt mehr, hier in diesem Leben, die Werke Christi zu tun, voranzugehen und das zu tun, wozu er uns berufen hat und was er uns beauftragt hat. Und deshalb ist es so schmerzhaft, wenn man sieht, wie Christen in einer Niederlage sind und einfach besiegt sind und runtergeknüppelt sind und aufgegeben haben, anstatt vorwärts zu gehen mit dem Herrn in den Lauf, in dem Kampf, der ihnen verordnet ist. Das ist der Punkt. Und es gibt ein wunderbares Beispiel, was wir alle super gut verstehen, wo wir ein bisschen verstehen können, wie das zusammenhängt. Und das ist ganz einfach ein Baby im Mutterleib. Ein Baby im Mutterleib. Ja? So. Das Baby ist im Mutterleib, wächst heran und sein Dasein ist natürlich extrem eingeschränkt. Das weiß es aber nicht. Es kennt nur diesen Mutterleib. Ne? Wird das Baby fragen, was das Leben ist, wird es sagen, warm, äh, dunkel und feucht. Das ist das, was das Baby kennt. Ne? So. Es hat keinerlei Vorstellungskraft von dem eigentlichen Leben, das du und ich kennen. Ne? Es hat die notwendige Versorgung, aber es ist dunkel, es ist eng. Und selbst wenn das Baby wollte, könnte er sich ja da nicht vorstellen, was das eigentliche Leben bedeutet. Das Baby kann sich keine Farben vorstellen, keine Formen, keine Gerüche, keine Texturen und wenn, dann nur extrem rudimentär. Ne? Es weiß nichts vom Sonnenuntergang. Es weiß nichts von Schmetterlingen, es kann einen Frühlingswind, kennt es nicht. Ne? Es kennt nicht die Farben des Herbstwaldes. Es ist ihm verborgen. Und wenn du mit ihm kommunizieren könntest und versuchen würdest, das ihm zu erklären, es könnte es nicht verstehen, weil es über seinen gesamten Erfahrungsschatz in diesem Mutterleib hinausgeht. Ja? Und exakt, ganz genauso ist es mit dem Leben, was der Herr für uns hat. Ja? Wir sind sozusagen in diesem irdischen Ding gefangen wie in einem Mutterleib. Der ist zwingend notwendig, damit wir in das eigentliche Leben hineinkommen. Aber das, was Gott vorbereitet hat, ist auf einem völlig anderen Level. Auf einem völlig anderen Level. Und vielleicht werden wir die Ewigkeit brauchen, um zu entdecken, welche Herrlichkeiten und welche Segnungen das sind. Wir können uns das nicht vorstellen, was Gott vorbereitet hat. Es übersteigt unser Denken, unsere menschlichen Möglichkeiten in dieser gefallenen Schöpfung, genauso wie das Baby sich nicht das Leben vorstellen kann, draußen in der ganz normalen Welt, das ganz normale Leben. Es übersteigt unseren Horizont. Und dennoch sind wir als Kinder Gottes genau da hineingeboren. In diese übernatürliche himmlische Situation. Als Kind Gottes bist du im Himmel. Und fängst an, wie ein Baby, dich zu orientieren und die Dinge zu erkennen. Ja? Eigentlich, wenn du neu geboren bist, hast du die Zeit im Mutterleib hinter dir gelassen. Du bist ja geboren, ne? Neu geboren. So. Und jetzt fängst du an, in diesem geistlichen Leben hineinzuwachsen. Ja? Und der Herr offenbart dir immer mehr, immer mehr einfach diese himmlische Realität. Und deshalb würde ich so sagen, du und ich, wir sind Bürger zweier Welten. Bürger zweier Welten. Ja? Wir leben sozusagen in zwei Dimensionen. Ich weiß, dass der Begriff natürlich ein bisschen schwierig ist. In zwei Realitäten. in zwei Welten eben. Zwei Wirklichkeiten. Zum einen 100% im Natürlichen. Ne? Hier. Alles ganz natürlich. Zum anderen gleichzeitig im Geist. 100% im Geistlichen. Wir sind Menschen, die als neue Kreaturen im Geist sind und im Natürlichen sind. Und der Feind versucht, unseren Blick immer nur auf das Natürliche zu lenken. Immer nur auf das Natürliche. Und dort ist es aber nicht, wo wir effektiv ihn bekämpfen können, vorwärts gehen können und ein Segen für andere Menschen sein können. Ne? Und deshalb sage ich, weil wir da hineingeboren sind, ist der Himmel um uns direkt herum. Wir sind da. Wir sind sozusagen mitten drin. Eigentlich bewegen wir uns sozusagen da drin. Ja? Der Heilige Geist hat seinen Wohnort in dir genommen. Und das ist so, es ist vollkommen wurscht, ob du das realisierst oder nicht oder ob dir das gefällt oder nicht. Ja? Wir sind versetzt in das geistliche Reich Gottes und leben in seinem Herrschaftsbereich. Und da ist es wichtig zu verstehen, dass das etwas ist, was bereits passiert, ist Gegenwartsform. Es heißt nicht, dass das irgendwann mal in sein Reich versetzt werden, sondern dass er das bereits getan hat. Wir sind jetzt im Reich Gottes. Und insbesondere, ich hatte es schon gesagt, der Epheserbrief, der gibt uns da ganz viele Hinweise. Und da kommt etliche Male, also das Wort Himmel oder Himmelswelt kommt vor. Da heißt es beispielsweise in Epheser 1, Vers 3, gleich am Anfang, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. In Christus. Hey, das ist mal was. Er hat dich gesegnet mit jeder, da kann man echt mal unterstreichen, jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. In Christus. Wenn du neu geboren bist, wenn du Christus als Herr und Retter angenommen hast, hast du das. Es ist in deinem Leben keine Realität, okay, dann solltest du dich danach ausstrecken, dann solltest du das eben genau wie es im Kolosser heißt, solltest du dich danach ausstrecken, danach blicken, danach dein Denken ausrichten, darauf sinnen. So, er hat Segnungen für uns vorbereitet, aber es sind geistliche Segnungen, es sind Segnungen, die wir in dieser sterbenden Welt um uns herum reichen können. Es sind Segnungen wie, nimm ein Brot und es wird vermehrt und du kannst Tausende damit satt machen. In dem Sinne Segnungen, ja, es sind nicht irdische natürliche Segnungen in dieser irdischen natürlichen Welt, sondern es sind himmlische Segnungen in der himmlischen Welt. Das sind Segnungen, die sind unvorstellbar kostbar. Segnungen, die er für dich hat und die darfst du sie nehmen, kannst darin wandeln, um Gottes Reich zu bauen. Das ist der Job, den wir zu tun haben. Schau mal, das hat selbst schon Johannes der Täufer kapiert. Der sagt, Johannes, oh nein, doch, Johannes der Täufer, ja, in Johannes 3, Vers 27, er sagt, ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eins, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Alles, was du letztlich empfängst, muss aus dem Himmel sein, muss aus der himmlischen Dimension sein. Halleluja. So, worum es mir geht, ist, dass du verstehst, dass das wirklich für dich gilt, dass das wirklich etwas ist, was für dich gilt. Wenn du ein wiedergeborener Christ bist, ja, dann bist du jetzt gesegnet mit allen Segnungen in der Himmelswelt. Du bist jetzt mit auferweckt in der Himmelswelt. du sitzt sogar schon mit dem Herrn auf dem Thron in der Himmelswelt. Hey, wenn das mal nicht abgedreht ist. Es ist wahr, es ist real, es ist für dich da. Und alles, was wir brauchen, ist, erkennt es darüber, wer wir sind, was der Herr für uns getan hat, welche Position wir haben. Und das ist der ganze Kampf. Die Propaganda des Feindes dröhnt auf uns ein, um das uns wegzunehmen. Ja, der Feind erzählt dir den ganzen Tag, wie klein, schwach, arm und wie ich du bist. Weil er weiß, wenn du verstehst, wer du bist in Christus, wenn du verstehst, welche Position er hat, wenn du verstehst, dass du in ihm bist und er in dir, dass du ein Tempel des Heiligen Geistes bist, König, Prophet, Priester, Gesandterr an seiner Stadt, dann wird es für den Feind gefährlich. Und deshalb läuft eine gigantische Propaganda, um diese wichtigen Wahrheiten dem Volk Gottes zu rauben. Epheser 2, Vers 4 bis 6 Gott, aber der Reich ist an Barmherzigkeit, hat uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Halleluja, das wissen wir. Wir waren im Tod, dadurch, dass wir neu geboren sind, gerettet sind, den Herrn angenommen haben, die Sünden vergeben worden sind, sind wir ins Leben gekommen. Dann heißt es weiter, er hat uns mit auferweckt. Das heißt, wenn du tot bist, mit auferweckt, dafür ist die Taufe im Bild, mit auferweckt, mit Christus auferweckt, neu, mit einem neuen Menschen gemacht, neu auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Ein Leib mit einem Haupt, das Haupt sitzt auf dem Thron. Wir sind unmittelbar verbunden mit ihm. Ich sage es gerne so, sein Blut fließt in unseren Adern. Wir sind eins mit ihm, unmittelbar verbunden. Es ist sowas von genial, wenn wir verstehen, wer wir als Kinder Gottes wirklich sind, was es bedeutet, Christ zu sein, wiedergeboren zu sein. Und deshalb ist es sehr gut, wenn Menschen verstehen, wie das mit dem Heiligen Geist funktioniert und sagen wir mal beispielsweise mit Zungenrede. Zungenrede ist etwas Grandioses, weil es aus dem Geistbereich kommt und sich durch den normalen Stimmapparat im Natürlichen artikuliert. Der Mensch spricht etwas, was aus dem geistlichen Bereich kommt. Er spricht die Geheimnisse Gottes. Und ich glaube, das ist der beste Zugang, wenn jemand das lernt, da hineinzugehen, um tatsächlich von Gott gebraucht zu werden. Im Prophetischen, im Heilungsdienst, im Befreiungsdienst oder wo auch immer, wo man merkt, wie das Ganze funktioniert. Wir wandeln in den Werken, die der Herr vorbereitet hat. Wir müssen da nicht irgendwas krampfen und machen und tun, sondern wir sind in ihm, weil wir in ihm neu geboren sind, weil wir eine neue Kreatur sind. Du kannst nichts produzieren, um eine neue Kreatur zu werden. Du bist es schon. Weil du neu geboren bist in ihm. Und wichtig ist nur, dass du wächst, immer mehr erkennst, wer er ist, immer mehr hineinkommst in die Position, immer mehr Reife in deinem Leben hervorkommt. Halleluja. Und ich segne alle, die zugeschaut haben und ich spreche aus, dass das in deinem Leben immer mehr Realität wird. Ich spreche aus, dass du ein Verständnis dafür bekommst, wer du bist in Christus. Was es heißt, dass du mit eingesetzt bist in der Himmelswelt. Was es heißt, dass du die Werke Gottes tun sollst. Was es heißt, dass du ein Tempel des Heiligen Geistes bist. Dass Christus, die Hoffnung der Heiligkeit, dass sie in dir ist. Ich spreche aus, dass du ein Verständnis dafür bekommst, was es heißt, wiedergeboren zu sein. Ich spreche aus, dass du ein Verständnis dafür bekommst, was es bedeutet, ein Leib mit ihm zu sein. Mit ihm, dem Herrn, der auf dem Thron sitzt. Ja, wir sind direkt mit ihm verbunden. Und ich spreche aus, dass es zu einem Durchbruch von übernatürlichen Kraft erweisen, von den Segnungen Gottes in unserem Leben kommt, dass diese himmlische Dimension hineinbricht, gerade in unsere deutschsprachigen Länder, wo wir es so unvorstellbar nötig haben, Übernatürliches zu sehen. Und nicht irgendwelchen esoterischen Dreck oder okkulten Dreck, sondern wirklich das Reale, das Echte vom Himmel, wirklich die Segnung Gottes. Und ich bete dafür, dass du das ergreifst und dass du verstehst, dass du in dieser Dimension vorwärts gehen kannst, um sein Reich zu bauen, um sein Willen zu tun, um dafür beizutragen, dass alle Nationen zu Jüngern gemacht werden. Das können wir nicht durch menschliche Programme, das muss aus dem Geist herausfließen. Und ich segne dich, dass du ein Verständnis dafür hast, dass der Himmel in deinem Leben schon da ist, dass er offen ist, dass im gewissen Sinne er in dir ist, wie Christus in dir ist, wie der Heilige Geist in dir ist. Und dass du immer mehr da hineinkommst und dass du da wirklich dich ausstreckst nach mehr vom Herrn, immer mehr siehst, immer mehr erfährst, immer mehr hineinkommst, immer mehr ergreifst von dieser gewaltigen Herrlichkeit der Kinder Gottes. Herr, wir danken dir für dein Wort, für deine Offenbarung. Und Vater im Himmel, wir danken dir, dass du dich nicht unsichtbar abwendest von uns, sondern dass du uns in Jesus dich hast sehen lassen. Wir danken dir für das kostbare Geschenk deines Heiligen Geistes, das du uns gegeben hast, ausgeschüttet in uns. Du hast nichts zurückgehalten. Du hast deinen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns hingegeben, damit wir in ihm gehört werden. Du hast uns den Heiligen Geist gegeben, dass er uns in alle Wahrheit leitet, dass er uns tröstet, dass er uns die Tiefen der Gottheit auslotet und uns den Vater zeigt. Herr, wir danken dir, wir danken dir für dein mächtiges Wort. Wir danken dir für Offenbarung. Wir danken dir, dass wir hineinpreschen können in die Dinge, die du uns schenken willst. Wir danken dir für den Weg, den du mit uns gehst. Und Vater im Himmel, wir beten, dass wir eine ganz neue Sicht vom Himmel, von dir, von Jesus, dem Heiligen Geist, von diesen übernatürlichen Dingen bekommen. Denn die ist das übernatürliche, muss in das natürliche hineingehen. Das Natürliche muss sich abheben, um in das Übernatürliche hineinzugehen. Und Vater im Himmel, wir beten, dass du uns diese übernatürliche Sicht schenkst, damit wir in den Erschütterungen fest stehen bleiben können. Wir brauchen diese Kraft aus der Höhe, dass wir stehen und stehen bleiben können. Wir brauchen diese Hilfe, die Offenbarung, die Stärke, die von dir kommt. Die Kraft Gottes, wir brauchen sie, damit wir gegen den Satan und seine Dinge in unserem Leben entgegen gehen können. Und wenn wir alles, was wir gegen ihn ausgerichtet haben, getan haben, Herr, dann beten wir um die Kraft, dass wir stehen bleiben können. Wir segnen euch mit dieser neuen Erkenntnis, mit dieser Tiefe des Wortes Gottes, wir segnen euch mit der Kraft, die aus der Höhe kommt. Wir segnen euch mit diesem unerschütterlichen Glauben. Wir segnen euch mit dem, dass ihr eure Herzen weit macht, um den Vater im Himmel zu erkennen. Wir segnen euch, dass ihr euch anschließt an die himmlische Dimension, an das, was von oben ist, da, wo der Christus ist, zu rechten der Kraft Gottes. Amen. Und ich bete für all die, die sagen, ich würde das gerne in meinem Leben sehen, ich würde das gerne erfahren, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da rankommen soll, ich habe keine Ahnung, wie ich damit mich connecten kann, ich weiß nichts vom Heiligen Geist, ich brauche Offenbarung, ich will mehr vom Herrn, ich will dein Angesicht sein. Ich bete dafür, dass du Träume hast, dass du Visionen hast, dass du Engelserscheinungen hast, dass deine Augen geöffnet werden, dass du siehst, wie Jünger sehen, dass der Herr dich da hineinbringt. Ich bete für eine Berührung des Heiligen Geistes in deinem Leben. Ich bete dafür, dass du siehst, wie der Herr von mir aus nachts an deinem Bett tritt oder wie Engel da sind. Ich bete dafür, dass übernatürliche Offenbarungen sind, Visionen, Segnungen und ich bete, schau mal, im Alten Testament gibt es die Story von Elia, Elisa, Elisa und da war dieser Knecht und der war eher fleischlich drauf und eben Elisa und der Knecht kommt aus dem Haus am Morgen und sieht alles voller Feinde. Der Feind hat die Stadt und zingelt und er rennt zu Elia und kriegt die Krise und sagt, hier, schau mal, schau mal, wie fürchterlich und Elisa schaut sich das Ganze an und sagt, oh Herr, öffne ihm die Augen. Öffne ihm die Augen und auf einmal werden deine Augen geöffnet und er sieht, da ist zwar der natürliche Feind und um den natürlichen Feind rum sind gigantische Heere von feurigen Wagen und von Engeln oder was auch immer, gewaltige Krieger und er hat auf einmal ein Verständnis dafür, was im Natürlichen ist, ist das eine, im Geistlichen sieht es komplett anders aus und dafür bete ich, dass der Herr dir die Augen öffnet, damit du die geistliche Realität siehst. Hier, ich erzähle das mal mit den Schlangen. Das ist, das trifft so gut. Das war echt, das war ein, hat mich wirklich mal richtig erwischt. Ich hatte einen Traum, ich träume nicht wirklich viel, aber da hatte ich einen Traum, ich war in einem Raum, allein, also, als Mensch. Vier Wände, dicht, kein Fenster, keine Tür, nichts, einfach vier Wände. Mit mir in dem gleichen Raum, fünf, sehr große Schlangen, Giftschlangen, gefährlich, das wusste ich. Drei von denen hatten sich schon so aufgerichtet, wisst ihr, wie die sich aufrichten, wenn sie attackieren wollen. Zwei lagen da und haben mich angepeilt und ich wusste, die kleinste Bewegung kann mein Ende sein. Jede von diesen Giftschlangen war bereit, mich zu attackieren. Es war köchterlich und ich bin aufgewacht und das war der Traum. Ich dachte, das kann doch nicht wohl wahr sein und ich habe mich darum gebetet, dass der Herr mir zeigt, was das ist und ich denke, es war die nächste Nacht oder übernächste, da habe ich exakt den gleichen Traum wieder. Gleiche Situation. Der Raum mit weißem Boden, weißen Wänden, diese fünf Monsterschlangen und ich und auf einmal öffnet der Herr mir die Augen, er hat mich glaube ich vorher sogar noch getadelt, dass ich nur im Natürlichen sehe, ich meine, es war ein Traum und auf einmal sehe ich, es sind fünf Engel da und jeder Engel hat um den, ich sage mal, Hals von der Schlange, also kurz vor unterm Kopf, hat seine Hand so, um sie im Gleichen, in einer Sekunde zu packen und hat einen Dolch an die, ich sage mal, Gurgel von der Schlange gelegt. Jede Schlange, die sich auch nur einen Millimeter bewegt hätte, wäre sofort erledigt gewesen. So, im Natürlichen war es extrem gefährlich für mich. Im Natürlichen sah das fürchterlich aus. Im Geist war es komplett anders. Dann dachte der Herr zu mir, ich soll den Engeln sagen, dass wir die Schlangen erledigen. Habe ich gemacht, die Schlangen verschwand, die Engel verschwanden, die vier Wände fielen einfach so um und ich befand mich auf einem riesengroßen Feld. Und das hat mir geholfen zu verstehen, wie das mit dem Geistlichen und dem Natürlichen ist. Die Dinge, die wir im Natürlichen sehen, sind nur die erste Realität. Dahinter verbirgt sich etwas völlig anderes. Und das ist es, was auch in diesen prophetischen Worten ist. Weißt du, beispielsweise jetzt hier in unserer Situation mit all diesen Maßnahmen und dem ganzen Ding und diesem Bedrängenden und dieser Angst und all dem was, das ist nur im Natürlichen. Was im Geistlichen dahinter ist, musst du sehen. Und da Gottes Geistliche ist nicht nur das Finstere, sondern tatsächlich das, was Gott tut und was die Engel tun und was da einfach umgesetzt wird. Und das ist es, weshalb wir das prophetische Wort brauchen. So, wenn der Herr sagt, Erschütterungen kommen, aber das Reich kommt, dann ist das etwas extrem Gutes, weil wir wissen, hey, es wird nicht so bleiben, der Herr wird sich verherrlichen, es wird Reich Gottes erkennbar und sichtbar sein. Ja. Und ich bete, dass der Herr dir die Augen öffnet, dass du so siehst. Ja. Wenn er das für diesen ollen Jünger da, diesen Diener, schon im Alten Testament gemacht hat, ja, so bete ich, dass er es für dich und für mich tut und für jeden, der zuschaut, dass der Herr dir die Augen öffnet, dass du seine Herrlichkeit siehst, dass du hineinkommst in dieses übernatürliche Wandel mit ihm, dass du seine Stimme hörst, dass du Visionen, Bilder, Träume hast, dass du vorangehst in dem, was er hat und dass du gehorsam bist und dass du dein Leben hingibst hinein in das, was er durch dich tun möchte. Ja. Denn das, was er durch dich tun möchte, wird sich niemand sonst tun. Du bist wichtig. Das war die Botschaft von Sigrid. Er liebt dich. Er hat dich im Blick. Er hat einen Plan für dich. Er will dich einsetzen. Er will dich gebrauchen. Du kannst Menschen erreichen, die sonst keiner erreichen kann. Das stimmt. Du hast ein Umfeld, wo du hineingehen kannst, um Reich Gottes zu bauen, was sonst kaum jemand erreichen kann. Und das ist es, wozu der Herr uns aufruft. Das ist, wo wir reingehen sollen. Wir sollen nicht im Stübchen sitzen und die Tage bis zur Entrückung zählen, sondern wir sollen vorwärts gehen, sein Reich zu bauen. Das ist es, wozu wir aufgefordert sind. Amen. 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 Ja, das war das, was uns auf dem Herzen lag, was wir weitergeben wollten. Ja, zum einen der Vater mit seiner unermesslich genialen Liebe und zum anderen einfach hier ein paar Impulse zum Thema Himmel. Und falls dich das interessiert oder falls du dich da weiter mit beschäftigen möchtest, das ist hier ein ganz schönes Schwarte, 240 Seiten, das Buch Entdeckungsreise im Himmel. Das hatte ich damals geschrieben. Und es besteht aus drei Teilen. Das erste ist einfach mal so eine thematische Abhandlung über das Thema Himmel. Was ist der Himmel? Wo ist der Himmel? Also auch wie gesagt mit den Dimensionen, sowas in der Richtung, um das einfach zu erklären. Und dann das zweite Teil sind 40 Räume, Bilder, Visionen, Offenbarungen, wo ich mich im himmlischen Bereich bewegt habe. Und ein kleiner dritter Teil ist, jetzt darum, wie du da hineinkommen kannst. Ja, einen praktischen Teil. Ja. Dass wir lernen können uns, dass es nicht nur, ich finde es immer wichtig, dass man nicht nur, ach, das hat der erlebt und der war ja im Himmel und der hat ja das gesehen. Und wir begeistern uns dann dafür. Aber eigentlich bleiben wir immer dahinter zurück, dass wir sagen, und ich, warum sehe ich das nicht? Warum kann ich das nicht? Und das finde ich an dem Buch so genial, dass es einen praktischen Teil hat, der uns hilft, dass wir in diese Dimension kommen, so wie Mose gesagt hat, lass mich deine Herrlichkeit sehen und dran geblieben ist. Und das ist das, wo ich das Buch sehr schätze, dass es einfach so eine praktische Hilfestellung ist. Ja, und wir haben noch mehr. Also wir haben beispielsweise das Buch Meine Zeit im Himmel. Das hat ein amerikanischer Pastor geschrieben. Das ist komplett anders. Ja, jeder sieht den Himmel ja auch anders. Ganz anderes Buch, ganz anderer Ansatz haben wir bei uns. Oder das Buch Öffne mir die Augen her. Auch sehr schön, gerade für diesen Herzensschrei, wenn jemand sagt, ich muss einfach her, ich will dich sehen, ich will deine Herrlichkeit sehen. Ich habe das über Jahre gebetet. Und letztlich ist das bei rausgekommen. Ein geniales Buch. Also es ist schon etwas, was viele Menschen tief bewegt hat. Einfach, es ist natürlich nichts, was man einfach so runterliest. Es ist schon etwas, wo man sich einlassen muss, weil es sind halt Visionen, die ich gesehen habe und wie ich sie beschreibe. Und man muss halt schon sagen, okay, möchte ich mir jetzt mal angucken. Also Entdeckungsreise im Himmel haben wir bei uns im Shop. Kostet 14,90. Also für alle, die sich damit weiter beschäftigen wollen. Herzlich empfohlen. Und vorhin hatte ich noch mal das, ich sage es noch mal kurz an, hier das mit den sieben Festen. Kriegst du auch bei uns im Shop die sieben Feste der Bibel und ihr Geheimnis. Falls das etwas ist, die ganze Heilsgeschichte in den biblischen Festen enthalten. Halleluja. Also ich denke mal, diese biblischen Festebücher, diese kleinen, dünnen Heftchen zu jedem Fest, ein Büchelchen, das ist wie so eine Mini-Bibliothek. Und ich denke jetzt schon an Weihnachten. Und wenn du jemanden kennst, der sich gerne mit diesen biblischen Hintergründen beschäftigt, der einfach mehr lernen will über das biblische Wort, über die Zusammenhänge, über prophetisches Reden im Alten und Neuen Testament und alle diese Dinge, dann besorg dir das oder verschenk es. Es ist allemal das wirklich wert. So, das war der Ratgeber-Teil. Ja, und nächsten Freitag werde ich über Jom Kippur sprechen. Wir hatten ja vorhin über Rosh Hashanah ein bisschen gesprochen. Das ist jetzt, beziehungsweise morgen ist der eigentliche Tag. Und Jom Kippur ist zehn Tage später. Und ich glaube, Jom Kippur, das ist eine gigantische Botschaft. Das stimmt. Das ist dramatisch. Jom Kippur war der höchste Feiertag im Alten Testament, der große Versöhnungstag. Und da steckt eine Message drin, die wirklich genial ist. Also solltest du nicht verpassen. Nächste Woche. Und dann kannst du auch gucken, ob das mit den Festen dir vielleicht was liegt. Ja. Und wenn ja, dann wie gesagt zum Nachlesen. Oder auch auf DVD. Haben wir auch eine DVD-Serie davon gemacht. Okay. Damit segnen wir euch jetzt für die kommende Woche, dass ihr stark werdet und stark seid im Herrn und in der Macht seiner Stärke, dass ihr gesund in diesen Tagen bleibt und seid, dass ihr wirklich darauf achtet auch. Und wir segnen euch mit jeder geistlichen Segnung aus der Himmelswelt, die Christus für uns bereitgestellt hat. Und sowohl von Sigrid's Thema mit dem Vater wie von meinem Thema mit dem Himmel. Echt. Gott hat mehr für dich. Ja, Amen. Gott hat mehr für dich. Sprech dich dann auch auf. Gott hat mehr für dich. Sei gerät. Blessings. Ciao. Bis nächsten Freitag. Yes. Yes. Bis nächsten Freitag. 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 Bis nächsten Freitag.